Servus Leute und herzlich willkommen hier aus der Kirche aus das Dorf. Was stand jetzt noch mal auf Map 14? Das ist hier eine tolle Kirche, mehr stand da echt nicht. Ja, das ist mega unnütz, aber hier ist Map 16, ja Tatsache, warte mal, was steht denn da noch? Sicherung des Tores ist auf der Brücke. Auf welcher Brücke? Das, hm. Also Map 16, warte mal, dann müssen wir aber erst, entweder hat der Bauer sich gerade verzählt, was ich ehrlich gesagt nicht glaube, oder wir müssen jetzt erstmal noch Map 14, nee Map 15 suchen. Ich glaube wir müssen Map, wo ist denn hier eine Brücke? Warte, lass erst Map 15 suchen. Ja. Wo bist denn du? Draußen wieder. Ich glaube aber die ist drin. Oder? Hm. Ich meine, warum sollte die draußen sein? Map 14 ist drin, Map 16 ist drin. Ja. Eigentlich. Außerdem frage ich mich, was da für eine Brücke mit gemeint ist. Hier gibt es viele Brücken. Boah, warte, kriegen wir den, Leute? Kriegen wir eh. Oh, wunderschön und... Wunderschön und... Aha, wunderschön. Ähm... Ja, warte, ich lese einfach mal Map 16, oder? Dürfen wir das schon? Ich muss gerade mich ein bisschen battlen. Ich lese jetzt einfach mal Map 16 vor. Ja. Mal gucken, ob wir das schon dürfen. Ähm... Level 10 im Übrigen. Hehehe. Dies war also der Keller der Kirche, in den nur der Pfarrer Zutritt hatte. Offenbar war hier lange Zeit niemand mehr gewesen. Vielleicht verbarg der Pfarrer ja hinter der Tür die Heiligtümer der Kirche. Ja, toll. Also hier hinter. Mhm. Hier steht Sicherung des Tores ist auf der Brücke. Aber wo ist denn bitte Map 15? Also falls wir noch mal irgendwann Map 15 finden, ich würd sagen wir suchen jetzt einfach den Schalter, oder? Ja. Aber falls wir noch mal irgendwann Map 15 finden, wissen wir ja ca. jetzt wo es hingehört. Und mit Brücke kannst du jetzt mehrere Sachen du meint haben. Oh scheiße, Creeper. What the? Ach du Scheiße. Warte, warte. Na toll. Ich hab mich gerade eingebaut. Nein, ey, das war so knapp. Egal. Scheiße. Was sollst du machen, nicht einbauen? Nee, XP klauen. Was, mein Schwert ist kaputt? WTF? Das hat er echt lange überlebt. Hey, warte, was ist hier? Hier waren wir auch noch nicht. Doch, hier können wir hier, Entschuldigung für den Nieser. Kein Problem, Gesundheit. Ja, entweder ist der hier eine Brücke oder die Brücke da hinten, ne? Ja. Von dem Bauernhof. Oder gibt's noch eine Brücke hier? Hier, da gibt's noch hinten eine Furzbrücke. Warte, 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 Achtung, nicht runter. Oh, verdammt, egal, die kriegen ich jetzt auch noch. Oh, warte, wo ist er? Was macht denn der Depp? Hallo, nicht weglaufen. Scheuert oder was? Schießt du mich ab? Ja. Ja. Was kannst du überhaupt? Dich abschießen. Ja, okay, das war richtig. Oh fuck, jetzt hab ich Rotten Flasch gegessen. Hoffentlich wird er verrecken. So, dann geh ich jetzt mal schön da runter, wo das glätt. Und pfeil dir nämlich gerne. Oh, ich hab fast kein Leben, ne? Ey, bitte mich jetzt grad nicht abschießen, ne? Bin dann tot. Oh Gott. Also hier ist es, das ist doch eindeutig ne Brücke, oder? Ja. Oder dieser, oder dieser Gang halt da hinten. Ist auch ne Brücke. Ja, Brücke kann man vielfach definieren. Aha! Reaper. Hier ist noch ne Brücke. Hier ist noch ne Brücke. Da ist ne Brücke. Sag mal hier sind 10.000 Brücken, ich wollte mich verarschen. Ist es eigentlich absichtlich gewollt, dass das so Erdblöcke in der Luft rumschweben? Oh, hier ist irgendwo noch ein Enderman. Ich hab keine Ahnung, ob ich denk mal, oh, der war ja voll verzogen. Hier ist ne Brücke. Und, und? Ja, ganz ehrlich. Ja, ich versteh's auch grad. Ehrlich gesagt, nicht so ganz. Scheiße. Wo bist du gerankt? Ich bin runtergefallen. Hallo? Ja, ich habe gerade gar nichts und ich werde von dem Skelett gleich angegriffen. Ja, wo bist du denn runtergefallen? Dann hol ich dir das Eis. Da diese, da das Eis, wo wir vorhin hergekommen sind. Unter der langen Brücke. Mach mir die Verrückste. Huch! Dass das klappt hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Äh. Ich bin schon da. Wie? Ach so, Game Mode. Ja, okay, ist klar. Nee, nee. Aber willst du mich mal kurz beschützen? Mach ich, aber ich glaub hier ist gerade auch von dahinten noch einer. Alter, dieses Zeug, das hat sich überall verstreut. Hä, ich kann die eigentlich abschießen. Na doch, also hinter dir ist ein paar, ne? Äh, ja, ich kann gerade nicht. Einen habe ich. Zwei. Hallo, jetzt verreckt doch. Zwei habe ich. Wow. Scheiße. Oh, das ist, das ist, das ist ein, das ist ein Dorfbewohner. Mein erster Dorfbewohner, den ich mal sehe. Rapper? Ja. Willst du mich gerade? Alter. Fuck, man. Jetzt verrecken da ich alle. Nicht ins Wasser, nicht ins Wasser. Lock sie zu mir. Hoppse. Erstmal was essen. Kann nicht schaden, ne. Also, ich... Ich weiß echt nicht, wo die... Also hier ist auf jeden Fall ne fette Brücke. Hast du noch nen Helm? Zu viel länger weise? Ne. Muss kaputt gegangen sein. Also hier ist auf jeden Fall ne fette Brücke, aber pfff. Oh yeah, noch nen Bogen. Hat der noch irgendwas besonderes? Nö, Bogen, Bogen, toll. Also ich weiß es nicht, aber ich mein, hier ist doch eigentlich nirgendwo nen Hebel zu sehen. Auch von unten, oder? Ja. Hm, das ist jetzt echt ne gute Frage hier. An welcher Brücke? Aber da stand, da stand, weißt du noch was da stand? Ja, irgendwas mit Brücke halt. Aber weißt auch nicht mehr genau, was da stand. Ne. Kannst du ja eben gucken. Ja, ich geh mal kurz in das Haus und such mal nen Crafting Table irgendwo. Wofür? Weil ich ein bisschen was aufgesammelt hab, wo ich mir was zu... ne Pilzsuppe craften kann. So, die haben den Eingang hier auch schon ziemlich stimuliert. Hä? Hä? So. Na komm. So, da steht wortwörtlich Sicherung des Tores ist auf der Brücke. Punkt, Punkt, Punkt. Voll. Ja. Danke für den Hinweis. Ist auf der Brücke. Ab für ne Brücke, Mensch. Ich weiß ja auch nicht. Bin grad ein bisschen hilflos hier. Ja. Das geht mir grad irgendwie irgendwie auch so. Warte mal. Was für eine Brücke denn? Warte mal. Ah ja, ich weiß es, ich weiß es. Ich weiß es. Echt? Ja man, natürlich, hammergeil, hammergeil. Großes Lob an das Spiel. Erinnerst du nicht auch an den Goldblock da oben? Ja. Der Standort erinnert dich an diesen Block. Ne, jetzt brauchen wir nur einen Hebel. Jetzt brauchen wir nur einen Hebel. Das heißt, wir suchen eigentlich, wir suchen einen Hebel, keine Brücke. Ja, schon mal da hoch. Boah, mit den Dianis wird aber auch beschissen, ey. Voll. Dann kriegen wir jetzt einen Hebel hier. Das ist eine gute Frage. Ja man, das ist das ziemlich sicher, ziemlich sicher. Vergiss diese Stelle nicht. Das ist das ziemlich sicher. Ja. Warte mal, ich hab, hast, wie viele Leitern hast du noch? 7. Also ich hab eigentlich 10, aber ich, also ich glaub, regulär hab ich 7. Da oben drauf, oder was? Ja. Oder darf man da überhaupt auch? Weiß ich nicht. Wir dürfen die Brücke nicht verlassen, steht da ja. Oder wir dürfen nicht von der Brücke springen. Ja, das ist ja hier auch die Brücke, deswegen das ist hier die Brücke. Warte, ich hab die im Leitern. Sollen wir mal gucken, was da oben ist? Ich würd sagen, Leitern können wir ja auch nochmal benutzen zu Nord. Das ist ja auch nicht antphäre. Das ist völlig nix. Da ist alles verzorgen, wenn wir noch mal durchgäuern. Ich hab eben mal auf der L Singh, dabei ist noch kein cool durchgäu seines Wirtschaftsmaßendes Kap conditionsiales Hermanesano. warte mal wir suchen ja den hebel für den für den pfarrer insofern irgendwo unten oder oder wir suchen die 15 ja ich denke ich gesagt mal das hängt auch zusammen das heißt wir sind gerade auf der suche nach irgend so einem scheiß hebel es kann man so sagen aber ich glaube ich gesagt mal das ist irgendwo bei der kirche das wäre das sinnvollste warte mal ich kletter einfach mal hier hoch wenn die leanderer schon sind komm mal her komm her ich habe eine idee hier ist was mit lapis lazuli und leitern dürfen auf lapis lazuli platziert werden und da oben ist ja nice wieviel leitern hast du noch keine mehr drei vier fünf so viel jetzt habe ich noch zwei sorry lampe du kannst doch da drüber schauen ja mach doch klappt doch die truppplatte ich muss ich muss die muss die wolle erst kaputt machen rail 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 hebel irgendwas und holz und holz das heißt ich habe jetzt noch hier fire resistance gekriegt dann fordern wir mal da rein das ganze zeug was ich eigentlich brauche das brauche ich jetzt auch nicht nein das brauche ich eigentlich auch nicht aber egal den behalte ich wolle dürfen wir nicht benutzen also ich habe jetzt wir haben jetzt detector rail und rail bekommen und ein hebel ja dann machen wir mal den hebel ganz spontan gedacht da oben hin aber irgendwie echt wieder geil das hieß hat man hätte ich jetzt ehrlich gesagt fast nicht gesehen ich meine ich bin da auch vorbei gelaufen ja weil ich habe mir gedacht guck mal bei der kirche vielleicht ist da noch was und dann bin ich gerade in den aber war gut es klingelte schon aber egal ich gehe da auf jeden fall noch hoch nein also nicht muss ich so hoch machen so ich würde sagen da es eh schon geklingelt hat mache ich eben mal einen cut und nächstes mal stellen wir hier den hebel hin und dann kommen wir hoffentlich in die geheimen Räume des Pfarrers bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal